Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein gewisser Anteil an Gefahr anzunehmen bei Harald Beckner in der Tyra Gardesund, in dieser Position. Hier. Nehmt die Quest gleich mal an und darf nun hier diese Morast Aver töten, weil diese droppen die Aver Hauer, die ich benötige für die Quest. Meist droppen zwei pro Aver, was an sich auch logisch ist. Ich glaube ganz selten hatte ich auch einen. Da ist zum Beispiel so ein Fall. Und sollte ziemlich flott gehen. Damit habe ich schon fünf von acht. So. Vielleicht hat er zwei dabei. Bin mal gespannt. Jawohl. Glück gehabt. Damit ist die Quest auch schon bereit, bereit zu abgraben. Quest ist abzugeben bei Harald Beckner in Gefahr Gardesund an dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. Dankeschön. drius. blew. ut